Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! An der Farbe Ihrer Hemden sollt ihr sie erkennen. In der FAZ vom 29.06.2020 lesen wir, dass der Rechnungshof in Berlin massive fassungsrechtliche Bedenken gegen die vom Bund geplante Neuverschuldung von 219 Milliarden € hat. Es geht insbesondere um den Vorrang der Auflösung von Rücklagen und nicht beachtete Haushaltsgrundsätze wie Jährlichkeit, Haushaltsehrlichkeit. Otto Fricke, FDP, spricht von Haushalts- und Buchungstricks der zukünftigen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und Wolfgang Steiger. Generalsekretär vom CDU-Wirtschaftsrat sagt, kein Mensch würde einerseits Schulden machen und gleichzeitig eine vorhandene hohe Rücklage von 48 Milliarden € nicht angreifen. Tauschen Sie die Namen aus und die Größenordnungen an. Und Sie glauben, der Artikel spreche von Hessen. Wir haben uns in die Vorgeschichte und die Entwicklung der Schuldenbremse in Hessen seit dem Jahre 2013 vertieft eingelesen und haben grundsätzliche Überlegungen, Anträge und Gesetze gefunden, mit denen wir auch heute noch als Alternative für Deutschland konform gehen. Wir hätten zugestimmt. Die damalige CDU-FDP-Regierung mit dem Ministerpräsidenten Volker Bouffier, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Jörg-Uwe Hahn und dem Finanzminister Thomas Schäfer haben damals etwas Bemerkenswertes geschafft. In einer Demokratie ist es gewiss nicht selbstverständlich, dass regierende Parteien aus freien Stücken strenge Regeln der Haushaltsdisziplin aufstellen und sich auch noch diszipliniert unterwerfen, aus Einsicht in das Problem der die Haushalte ruinierenden Wahlversprechen. Spätestens im Haushaltsjahr 2020 sollte ein zumindest ausgeglichener Haushalt erreicht werden. Dann kam Schwarz-Grün. In der Drucksache 18-723 von CDU und FDP fanden wir folgende prägende Sätze zum Artikel 141-Gesetz. Die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des § 2 im Einzelfall erfordert, im Gegensatz zu üblichen Gesetzgebungsverfahren einen Beschluss von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages. Durch die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln des Landtages soll die Hürde für eine Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des § 3 so weit erhöht werden, dass eine missbräuchliche Inanspruchnahme ausgeschlossen ist. Ich wiederhole, eine missbräuchliche Inanspruchnahme soll ausgeschlossen werden. Solche Gedanken entsprechen uralten Erfahrungen. Ich zitiere das Evangelium, Matthäus, Kapitel 26, Vers 41. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist auf Schwach. Dann folgt ein weiterer, schon programmatisch anmutender Satz. Die zeitnahe Rückführung der in der Ausnahmesituation aufgenommenen Schulden stellt sicher, dass durch diese Schulden kein Anreiz geschaffen wird für eine extensive Auslegung der Ausnahmeregelung. So wie es aussieht, hat die Regierung es nicht geschafft, dem Anreiz der Versuchung zu widerstehen. Die Schuldenbremse ist ein maßgeblicher Grund dafür, dass Hessen und sogar Deutschland die Verschuldung des Staates stoppen und sogar zurückführen konnte, weil wir eben in einer Phase der Hochkonjunktur genau das getan haben, was uns die Ökonomen ins Gebetbuch geschrieben haben. Wir haben Schulden abgebaut und gespart. Deswegen kann Deutschland und kann Hessen die folgende Pandemie leichter verkraften und überwinden. Das ist die Leistung unserer Bürger. Daraus entstehen keine moralischen Verpflichtungen für Länder, die diese Anstrengungen nicht auf sich genommen haben. So ein wegweisendes Konzept wie die Schuldenbremse stellt man nicht leichtfertig aufs Spiel, zumal wenn es Alternativen gibt. Entsprechende Anträge haben wir im Haushaltsausschuss eingebracht und wir hoffen, die Regierung zur Einsicht bringen zu können. Wir brauchen kein Sondervermögen, haben Sie auch gesagt, von 12 Milliarden mit einer Tilgung über 30 Jahre. Ein zweiter Nachtragshaushalt, in unserem Fall von zusätzlichen 3 Milliarden, reichen erst einmal bis Ende 2020. Danach kann wieder ein ordentlicher Haushalt 2021 erstellt werden. In diesen Monaten tritt mit der Corona-Krise genau das ein, was in der Verfassung und dem Ausführungsgesetz 141-Gesetz mit weiser Voraussicht für den Fall einer Notsituation im Detail vorgesehen ist. Sehr geehrter Herr Bouffier, er ist leider nicht da, mit folgendem Satz diskreditieren Sie ohne jeden Grund Ihr eigenes Gesetz aus dem Jahre 2013. Dieses qualifizierte Mehrheitserfordernis hat sich bei der Bewältigung der Corona-Epidemie und ihrer Folgen als nicht praktikabel erwiesen. Diese Begründung ist doch schon deswegen fragwürdig, weil Ihre Regierung ja noch nicht einmal ernsthaft versucht hat, die von allen Fraktionen hier im Hause anerkannten Probleme im Rahmen der bewährten Gesetze und Ausführungsbestimmungen zu lösen. Worauf begründet diese Regierung denn Ihre Einschätzung, dass die bestehenden Gesetze nicht praktikabel sind? Im Handstreich dagegen beabsichtigen Sie in Abänderung eines von Ihnen selbst eingeführten Gesetzes eine sehr präzise formulierte und bisher erfolgreich eingesetzte Abstimmungsregel durch den sehr generellen Art. 88 der Hessischen Verfassung abzulösen. Genauso könnten Sie heute auch alle Gesetzbücher ersetzen durch den Art. 1. Alle Menschen sind gleich. Sich mit konstruktiver Kritik auseinanderzusetzen, ist offensichtlich nicht das Ding dieser schwarz-grünen Regierung. Das Verhalten aller Mitglieder dieses Hauses im März 2020 mit einer einstimmigen Verabschiedung aller von der Regierung eingebrachten Anträge des ersten Nachtragshaushalts 2020 straft die oben angeführte Begründung für ihr Vorgehen als vollkommen unglaubwürdig ab. Für eine Regierung, die so mit der Opposition umgeht, darf sich nicht wundern, wenn andere Motive hinter ihrem Handeln vermutet werden. Wir wissen alle, dass das Jahr 2020 und aller Wahrscheinlichkeit noch bis 2023 und darüber hinaus sehr schwierig werden. Uns ist allen ebenso bekannt, dass im Jahr 2021 in Hessen Kommunalwahlen und im Jahr 2023 die Wahlen zum Landtag anstehen. Wenn sie wenigstens 2024 einbezogen hätte, wäre es nicht so aufgefallen. Was liegt für eine Regierungskoalition, die sich Hoffnungen macht, auch in den nächsten Jahren die Mehrheit in Hessen zu stellen, näher als zu versuchen, die Menschen unter dem Einsatz spendabler Wahlkampfkassen etwas von der rauen Wirklichkeit abzulenken. Abzulenken von der Tatsache, dass nur ein kleiner Teil der anfallenden Ausgaben, Kosten und Investitionen wirklich und ausschließlich von Corona bedingt sind. Zwölf Milliarden Kredite auf einen Schlag sind für ein Land wie Hessen eine gewaltige Wahlkampfschatulle für die regierenden Parteien, die CDU und die Bündnisgrünen. 30 Jahre Tilgung, das ist unverschämt gegenüber unseren Kindern und Enkeln. Wir halten den Preis für Ihre Ambitionen, Herr Boddenberg, für zu hoch. Wir plädieren für ein anderes, vorsichtigeres Vorgehen und sehen bemerkenswerte Schnittmengen mit den anderen Parteien der Opposition, mit dem Rechnungshof, mit den hessischen Wirtschaftsverbänden und sogar mit den Repräsentanten der Städte und Kommunen, die uns in einer Anhörung hier im Hause ihre bemerkenswerten Bedenken und Vorschläge mitgeteilt haben. Das Konzept eines Sondervermögens, welches ja in Wirklichkeit nur eine gewaltige Kreditermächtigung für mehrere Jahre ist, unter weitgehender Umgehung einzuhaltender Bedingungen und Kontrollmöglichkeit löst keine Probleme. Die angeführten Begründungen halten einer kritischen Betrachtung nicht statt. Im Herbst 2020, unter anderem nach der bis dahin fälligen neuen Steuerschätzung, haben wir größere Klarheit über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Landes und des Bundes. Die Regierung kann die Entwicklung der Wirtschaft in Deutschland, in der EU und sogar in der Welt wesentlich besser einschätzen. Wir können uns auf die noch weitgehend Fremde, uns immer noch vor große Überraschungen stellende Pandemie viel flexibler reagieren, wenn wir nicht vorher unser gesamtes Pulver verschossen haben. Brechen Sie Ihre Gesetzesinitiative ab. Verbessern Sie nicht unnötig die in der Verfassung verankerten Prinzipien der Schuldenbremse. Dieser Landtag hat der Regierung im März die Hand gereicht. Sie sollten den guten Willen der hier sitzenden Fraktionen nicht in den Wind schlagen. Es könnte sein, dass der Tag kommt, an dem Sie uns doch brauchen werden. Applaus 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 Applaus